Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight gegen die Krankenschwester spielen die Krankenschwester kann sich durch Mauern teleportieren sie voraus wo sie erscheinen wird unterbricht die Sichtlinie und entkomme während sie im weiß ich nicht Modus ist keine Ahnung eine Zahl neben dem Generator Symbol gibt an wie viele Generatoren die Überlebenden auch überleben müssen und die Ausgangstoren öffnen können wird geladen mal fünf aus dem Bezeichen wenn das durch die Tür läuft ein Überlebender kann versuchen sich mit der Grunderfolgstanz von 4% selbstvermachten zu wir können ja jetzt nichts mehr vorlesen jetzt ist vorbei ist ja schon wieder diese Map hier hey was für schuldig die wurde ja genervt ne ey du bist voll genervt voll genervt oh ich finde auch hier nix ne oh Kevin ganz gut hat er zuerst geschnappt oh nein ja da hätt ich auch so gemacht ne ne stimmt ja wir sind ja ein Team ne lass den Kevin ja ein Team ach ja ganz vergessen ganz vergessen ja na ist ja noch ein bisschen Zeit ach komm schon ach man du Arschloch Yvonne oh mein Gott oh no ne wie steh denn hier jetzt ich muss äh los schnapp sie dir Tiger komm schnapp sie dir ja da kacham oh 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 Alter da hab ich voll Schreck ich habe keinen Arzttermin bekommen und ich möchte auch keinen weil mir geht es gut ich brauche keine Krankenschwester okay das ist doch schön na ich geh einfach weg Kevin was ist da los ey weil man sowas nicht macht bleib sie stehen bist du doof bleib sie stehen ist ja nicht jeder wie du ne einfach direkt zurück ach ich finde das ist gleich still Kevin sonst lass ich es ganz sein dann kannst du es selber machen ach komm Alter ich wollte da doch noch drüberspringen dann gib mir den ersten Hilfekasten dann mach ich es mir selber ne das ist meiner dann mach ich es mir selber ne jetzt einfach so teleportiert die sich jetzt einfach durch die Gegend find ich auch nicht gut Das ist die Gegend. Komm, kannst du doch nicht die Treppen mit hoch teleportieren, das geht überhaupt nicht. Also, das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich hab schon lange kein Killebier gespielt, hihihi! Ja, wenn du dich da suchst, sehe dich trotzdem... Ja, aber ich dachte, du wirst schon wieder weg! Ja, die Gewitter sind in den ganzen Alter ab. Ja, ich habe irgendwie zu weit in die Zukunft gedacht. Ja, gut, an sich ist es ein guter Trick, weil die Nurse meistens so weit teleportiert, aber ich kenn das schon. Ich kenn das schon, ich bin so erhaben. Ja, ne, weil die Meisten lauten mal dann zurück. Ich bin nicht wie die Meisten, helft mir! Ich weiß gar nicht, wo seid ihr hier, ich sehe auch schnell. Übrigens, das ist ganz nett, wenn man die Paletten und so weiter sieht, aber irgendwie nervt es auch, wenn da alles gelb ist. Jaaaa... Muss ja jeder selber wissen, ne? Hahahaha... Was richtig ist? Jaaaa... Ich fäng immer so rum. Ja, ja, ich auch. Jetzt ne mehr! Komm! Komm mit! Ja, wo denn? Wo denn? Ich seh dich nicht mehr. Komm da hin! Hier! Lauf! 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 Ja, kannst du kriegen, Alter! Ach, klasse, Hammer! Klasse! Ja! Ach so! Jetzt machen wir das auch so, oder was? Ist das nicht sogar dieselbe Stelle? Ja! Tschüss! Alter! Hast Sabrina getötet? Ich hab die nur noch zweimal aufgegangen, oder ne? Ja, aber die hängt zu lange. Ja, aber die war schon in der zweiten Phase. Ah! Ja! Wir sind doof, deswegen ist sie jetzt tot! Ah, Leute, Leute, Leute! Tja, ich hab mich geopfert! Ach, so ne Scheiße! Du Opfer! Du Opfer, Alter! Ah, jetzt bitte! Ja, ja! Jetzt ist mein Ding hier immer noch blockiert. Finde ich nicht gut. Mhm. Mhm. Ja, du musst ein anderes finden. Mhm. Ja, warte mal, warte. Jetzt ist er nicht mehr da. Finde ich nicht gut. Ach, da. Naja, da hat sich Luft aufgelöst, genau. Hat's woanders hingestellt. Es stinkt nach vorm Aluhut. Der Hüt? Es gibt Essig drüber. Es stinkt nach vorm Aluhut. Essig. Essig. Da formt der Aluhut. Ja. Ich weiß noch, was da dran so lustig war. Oh, Kevin, ey. Spitzbube. Sind alle Spitzbübchen. Sind Spitzbübchen da? Hello. Also. Ich muss sagen. Macht sie jetzt eigentlich irgendwelche Zähne? Warte. Anscheinlich, ne? Oh mein Gott. Ach, leck mich doch am Arsch! Warum laufe ich dir auch entgegen, ey? Leck mich doch am Abklatschen. Ja. Leck mich doch am Abklatsch. Tja. Hui. Achtermann. Lass mich. Lass mich in Frieden. Frieden. Oh mein Gott. Alles wieder heftig. Ich bin so heftig. Oh mein Gott. Na, darf ich nicht sagen. Ach. Nein, das ist geil. Nein! Hätte es weiter laufen. Ja, ich habe überlegt so. Jetzt denkt die bestimmt, ich laufe wieder zurück. Also laufe ich nicht zurück. Oder denk die vielleicht... Ja, beim zweiten Mal. Ne, beim zweiten Morgen. Du bist zurückgelaufen, aber das hätte geklappt. Aber du bist noch mal zurückgelaufen. Ich bin schon wieder an diesem Haken hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein. Ach Gott. Das zu rauchen kann tödlich sein. Warum? Weil du da gelaufen bist im offenen Feld. Ich bin überhaupt nicht gelaufen. Ja doch, gegangen halt. Alter, in dem Moment würde doch jeder seine Kippe aus dem Mund fallen lassen. Der hat sich die doch an der Lippe geschehen, Alter. Ja. Als Piercing. Hm. Ich hab'n Käpt'n Piercing. Käpt'n Piercing. Soll ich jetzt warten oder soll ich jetzt? Oh, Domin, hab' ich nicht gerechnet. Dankeschön. Ja, sicher. Ja, die, äh... Kruggen-Schwester da, die alte Bitch, die hat er leider gesehen. Da dachte ich mir schon. Die entspricht nicht den Hygiene-Vorschriften. Die ist schon ganz rot. Von Blut. Deswegen hat sie ihre Zulassung noch nicht mehr. Ja, man muss jetzt hier rumgeistern. Ach, deswegen ist sie so wütend? Ja, weil sie ihre Zulassung verloren hat. Das ist wirklich ärgerlich. Bist du eigentlich völlig bescheuert? Siehst du meine Aura, oder wat? Ja. Hier. Das ist eigentlich völlig bescheuert. Ich hab'n extra extra, damit die Haken auseinander stehen weit. Ja. Ja. Das muss ja auch mal sterben. Alles liegt an dir. Oh, ne. Ja, du hankst doch gar nicht, oder? Kann das sein? Ja. Nee, ich hank noch nicht. Ja, ja. Du hattest die, die wolltest erst mal an die Jungs allein. Und ich. Ah, je, 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 je. Toll, Kevin, wegen der bin ich tot. Das kann ja heiter werden. Ja. Mal du den Strom bezahlst. Ja. Ja. Ich hab bestimmt Rückzahlung gekriegt. Das ist schön. Ja. Ja, oder? Stimmt. Ah, ihr seid beide Mengen, ne? Nein. Um hinterherzulaufen. Ich bin jetzt zum Rückfall. Du wolltest doch Alex finden. Ja, du kriegst doch hinterher! Oh, Sabrina. Ja. Ohne Witz, ey. Ja, warte, die weiß doch eh wo die ist. Trotzdem. Ich weiß aber, wie der von uns wer ist. Ne, ich seh's am Taste dann. Weil sie ist ja abseits schon. Ne. 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 Muss noch, ne, das, ne. Hm. Na gut. Was ist da da für'n, 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 für'n Glücksbringer, der hängt jetzt so cool aus. Was? Also schön. Was? Eigentlich muss ich dich jetzt retten lassen, ne? Das ist ja so. Ne. Ne, hier wird nicht, hier wird nicht gewinnen gelassen. Mhm. Hinter dir. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Ja. Ehrlich. Ja, wir spielen zusammen. Heftig. Den melde ich. So, weil die... Die haben bestimmt was miteinander. Ne. Das ist einfach weg. Na ja, wenn die was miteinander haben, dann muss ich die ja auch anzeigen. Ja, du musst einmal abrucken. Mhm. Weil zusammenspielen ist ja das eine, aber dann auch noch was miteinander haben. Geht ja mal gar nicht klar. Mhm. Das ist bestimmt das Stockholm-Symptom. Und gleich macht die bestimmt die Luke auf oder ne Tür und dann lässt sie den raus. Nein, er muss jetzt abrucken. Dann hat jeder zweimal und dann ist er tot. Mhm. Hier gibt's keinen hier. Einmal hängen und dann tot. Ja, warum? Nö, jetzt wo du das mir so sagst, nö. Nö, ich weiß, wo du bist, also die Luke geht's nicht. Ja, ich weiß auch, wo ich bin. Mhm. Das ist gut. Da bin ich. Das ist gut. Was ist denn? Was ist denn? Hä? Ich hab mich weggekommen. Es tut mir leid, ich hab mich verklebt. Ja. Ich hätte das gern gesehen auf dein Datastatum und das. Oh ja, fester. Ja. Darum geht's doch. Geil. Ja. Aber ich streichle dich auf. Na, schau. Oh. Ich glaub nicht, was ich da gerade gesehen hab. Der ist die Ephora. Ich hab's ja gesehen. Oh. Oh. Wir müssen uns Cosplays kaufen. Du läufst dann also weg Thomas rum. Okay, alles rein. Dann will ich Ghostface sein. Ghostface ist cool. Ich mag Ghostface. Was? Hä? Warum nicht? Ja, du. Warum? Ach, hat sie zugemacht. Ja. Das wurde doch gesagt. Fuck. Warte, weißt du nicht. Ich hör doch nicht zu. Wiegeln. Okay. Hm. Stur. Hallo? 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 Wo sind denn alle? Ist Sabrina aufm Klo oder was? Weiß ich nicht. Ja, ich glaub irgendwie schon. Oder eine rauchen. Aber mach ich mal einen Schnitt. Messer-Mischel. 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 Messer-Mischel? Mhm. Das ist schön. Warum Messer? Achso. Ja. Mit dem... Ja, ich bin müde. Gegen den Zenobiten. Da ist gar nicht der Michel. Hm. Boah, das ist der Michel. Ne. Ach, da alle. Das ist der Wandler. Das ist der Wandler. Der Michel ist der Wandler. Das ist der Michel. Nein. Das ist okay. Kevin heißt jetzt Michael. Das ist auch ein Scheiß-Name. Aber besser als Kevin. Michael. Michael. Der Michael. Der Michael. Der Miggi. Der Miggi. 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 Stimmt, Alter. Das ist schon ein Name, der auch eine Strafe ist. Ja. Eine Straftat. Eine Straftat. Eine Straftat. Eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Ja, aber man kann so viele verschiedene blöde Spitznamen da draus machen. Halt doch die Fresse. Was? Ich hör doch mal auf die Michel hier zu mobben. Achso. Ne, ne, ich hab grad mit meiner schlechteren Hälfte gesprochen. Achso. Schwarzwald. Wir sind im Schwarzwald auf dem Familienanwiesen. Bei Michel. Bei Michel. Bei Michel. Da ist die neue mit. Hä? Das ist die neue mit. Ne. 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 Jetzt wird noch mal stehen da vorne. Wer denn? Ja, hallo. Hallo. Wer denn? Wie denn? Wo denn? Was denn? Ich weiß nicht wer das war. NAH! Warte kurz umkonzentriert. Dekonzentriert. Oh, oh. Oh. Ich versteh jetzt nicht. Kevin, ne. Ne. Kevin, ne. Du weißt ganz genau, dass Sabrina leicht gewollt ist. Warum? Alter. Warte eben. Mach mal jetzt gemein. Ich komm mal rein. Ich komm mal rein. Du bist schon wieder geschlichen, deswegen hab ich das gesagt. Ein hübscher Raum. Komm. Ich bin nicht geschlichen. Ich nehm doch gar nicht mit dir. Außerdem muss ich mich doch irgendwie selbst verteidigen. Wieso redet der nicht mit mir? Ja? Ist jemand wie der Würfel ist? Geh den gar nicht. Hm. Ne, ich will den auch nicht. Muss der den liegen oder liegt der irgendwo nicht? Ja, das liegt doch in der Dash. Komm mal. Das find ich jetzt aber auch nicht gut. Alter. Ich weiß nicht, wovon du redest. Boah, aber was ist denn das jetzt mit dem Portal? Das muss ich mal testen. Ja, mach das mal. Gleich. Jebbet nicht, Michael. Oh no. Ach komm schon. Lass mich los, du Arschloch. Alter. Ja, wo ist der Würfel? Oh, lass mich doch. Schieß nach mir. Wann hört das auf? Hört das irgendwann automatisch auf oder? Nein, wir müssen den Würfel suchen. Ich hoffe. Oh nein. Das ist ja furchtbar. Kevin, du stinkst. Wirklich widerlich. Das könnte gut sein. Ich war heute Morgen in der Würfel. Hast du das Ding dann drin, dass wir den Würfel nicht sehen können? Das geht dich gar nichts an. Ja, das ist halt bescheuert. Vor allem mit diesem Würfel. Was für ne Scheiße. Voll gemein. Nee, Kevin, nee. Ich nehm deinen Würfel und schmeiß den sonst wo hin. Ehrlich. Nein, das ist mein Würfel. Gib mir meinen Würfel zurück. Ich weiß, dass das dein Würfel ist. Nee. Ja, ich mag meinen Würfel haben. Gib mir meinen Würfel. Nee, lass mich. Dann geb ich dir deinen Würfel vielleicht. Oh, ich fass das hier alles nicht. Du mit deiner Glatze. Du siehst aus wie du. In echt. Oh Gott. Kennst du doch mal so ein Gitter im Gesicht, Alter. Ja, vielleicht mach ich den an Halloween. Nee, mach das so und an Halloween nicht. Das ist doch viel logischer. Mein Rücken tut weh. Ja, und lass mich doch an einem Haken vorbeilaufen. Ich wollte genau diesen Haken. Kevin campt. Oh, diese Scheißketten, Alter. Ist so. Fickfehler. Krass, aber ich wollte meinen Würfel wieder haben. Du Ficker. Ja. Der hat ihn doch gar nicht fertig gemacht. Oh, mach den Müll. Ja, klar, aber du eben. Eben, wenn du ihn umhörst, dann hast du den Würfel. Eben, wenn ich so umfassbar bin. Oh, dieser. Also, der nervt wirklich. Ey. Komm mal auf. Du da. Ein Radio. Hat jemand den Würfel gelöst jetzt? Ich hab ihn. 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 Ah. Gott sei Dank, ey. Gott für ne Scheiße. Ruhe mal mit deinen komischen Gedönse hier. Was ist denn da? Ich hab dich gehauen. Nee. Zweimal nicht. Ja, weil ich das eine Mal verkackt hab und das andere Mal war zu früh. Dann hast du mir irgendwie komisch nach unten geguckt. Ja. Da hab ich mir gedacht, oh, guck mal, ein Cent. Ein Cent. Hier hab ich doch gerade auch jemanden gesehen. Wo bist du? Ja, Kevin kämpft einfach. Ja, weil hier gerade jemand war. Das ist doch kein Grund. Ups, Entschuldigung. Das hast du auch so gemacht. Ah, hier war kein Durchgang. Ich geh noch mal zurück. Da war kein Durchgang. Kann man bei mir im Video sehen. Ja, der geht doch im Arsch. Ey, du. Ja, du bist mir einfach voll entgegengelaufen. Warum machst du denn so was? Ja, mach weiter. Ja, mach weiter. Lass meinen Würfel in Ruhe. Äh. Ach ne, Quatsch. Ich hab den Würfel. Ich muss weggehen. Hallo. Das ist richtig. Seid ihr öfter hier? Hallo. Kevin, lass mich in Ruhe rein. Ja. Wir wollen nicht für dich verknüpft sein. Was verkackt. Ja. Hallo. Bleiben sie stehen. Ich hab mich hier im Wald verlaufen. Ich find den Weg nicht nach Hause. Da hinten links abbiegen und dann rechts geradeaus und an die Wand stellen. Ja. Und am besten nicht verwegen. Hallo. Ja, gute. Oh, was ist denn hier schon wieder mit dem Schrei? Denke wusste ich. Danke. Mach dir mal den Würfel. Nein. Ja, dann. Mach nix. Hallo. Kannst du den Weg aus dem Wald zeigen? Ich hab voll gegen den Baum gelaufen. Oh. Äh. Gar nicht nervig, oder so? Nee. Überhaupt nicht. Also, Kevin. Lass mich stehen. Wenn du den mal nimmst, dann spielst du nie wieder mit. Bitte was? Ja. Da hast du mich schon verstanden. Nee, hab ich tatsächlich nicht. Ach, ist das. Sabrina. Stopp. Stopp. Ja. Ja, danke. Schön. Achso, Franklin, das hast du auch noch irgendwo, oder was? Jetzt hält mir den Sunny-Kasten nicht mehr. Geil. Aua. Aua. Nee, warte mal. Ich hatte ja grad ein bisschen Zeit, mir die Dinger durchzuhalten. Der kommt. Ich weiß nicht, was ich alles geholt hab. Lass mich los! Lass mich los! Die sind mir wieder entgegen. Ich bin auch wieder. Ich bin auch wieder. Ich dachte auch grad so, hä? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Lass mich hier liegen. Komm, lass mich einfach hier liegen. Ach, Mann. Warum machst du das? Gewegen. Jetzt hast du sie umgemacht, Kevin. Das ist gemein. Tut mir leid. Kevin, du, so schaust du dir entfällige Freunde. Die wenigen, die du hast, die verscheuchst du noch. Ja, das könnte so sein. Ah, weiß ich. Hallo. Find immer noch den Weg nicht. Na komm, dann lassen wir den Kevin mal gewinnen, oder? Der schafft ja sonst. Boah. Ich möchte über Gott reden. Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Ja, wenn mir keiner den Weg hier raus zeigt. Lass uns ja nicht. Ja. Du tötest uns ja nur. Oh. Oh. Dann geh doch. Zu netto. Ja. Ist echt wieder der Weg drin? Ja. Darf ich mir. Dann bist du so offensichtlich. Mhm. Oh, boah. Oh, nee, das geht doch nicht. Was? Nee, Alter. Da triffst du einmal nicht. Ich merke gerade, das scheint irgendwie sehr nervig für euch zu sein. Ja, das ist auch eine Kackkommung oder sowas. Oh Gott. Oh Gott. Da läuft jemand rechts einmal bitte. Also aus meiner Sicht läuft das tatsächlich relativ gut. Ich bin überrascht. Wir müssen den Würfel, ja das geht jetzt nicht. Ja. Boah, ist das eine Ficke. Ja. Wo denn? Ich hab ihn verloren. Oh. Da hinten, Evan. Falsche Richtung. Oh mein Gott. Da. Du bist fast da. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hier liegen Püppchen rum. Püppchen. Ja, cool. Mach mal einen Würfel nicht. Warte auf mich. Ich helf dir. Kevin, du musst... Ich kann dir sagen, wo der Würfel ist. Steh mal auf. Vom PC. Ja. Und dann? Geh aufs Klo. Geh aufs Klo erstmal. Nee, auf dem Klo ist er nicht. Nee, nee, da ist er nicht. Aber geh lieber trotzdem erstmal auf dem Klo. Weil... Sonst pinkelst du dich gleich ein vor Schreck. Oh je. Wo ist der Würfel denn? Ja, steh mal kurz auf. Ja. Bist du aufgestanden? Kannst du mir... Ja. Oh mein Gott, ich ficke gleich in den Baum rein. Ja, ich bin aufgestanden. Er liegt im Regal. Sorry. In welchem? Ich seh ihn nicht. Musst du mal in einem gucken. Ich weiß auch nicht genau in welchem. Aber in einem der Regale da. Ich... Achso. Stimmt Kevin. Du hast doch den Würfel. Ja. In dein Zimmer. In dein Wohnzimmer. Richtig. Das ist korrekt, aber der liegt nicht im Regal. Wie? Da hupt irgendwas. Kevin ist mit dem LKW unterwegs. Der ist in dein Boot, alter. Der geht aber da hin. Ficker. Na komm. Ich hab immer noch nicht so total ausprobiert. Wie? Mein... mein Spiel hat geleckt. Ich leck hier gleich. Mich aber nicht. Mich? Gleich? Ah. So fragst du. Hallo. Nein. Ja, ist okay. Ich mach die Palette aber kaputt, ja? Mach doch. Ja, mach ich auch. Nicht wahrscheinlich. Ich will den mal zu Ende kriegen, alter. Oh. Nein. Hallo. Bäh. Bäh. Ah, das ist gemein. No. Scheiße. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ah! Hä? Was? Auseinanderreisen Tschüss! Hm, ich hab's mir spektakulärer vorgestellt, aber cool, war's trotzdem Ja, ich mag den ja auch eigentlich, aber ne Die Nadeltratze Wie hattet ihr denn jetzt so schnell noch zwei Gems gemacht? Ja, dann wüsstest du wohl gerne Deswegen hab ich gefragt, ja Ja, das geht dich gar nichts an Okay Ey, das ist mein Würfel, gib mir meinen Würfel Ich hab den Würfel nicht Gib mir meinen Würfel Ja, nehm dir, tschüss Oh mein Gott, ich hoffe, ne Was war das denn für ein Move? Ich hab aus Versehen gedrückt Ich hab den falschen Knopf gedrückt, Kevin Du musst mich wieder laufen lassen Das ist mir leid Das tut mir leid Warte, ich drück auch nen Knopf Aber der falsche Ja, ich dachte mir, du kannst da vielleicht gerade so ne Runde abhängen, bis wir das gelöst haben Ach was der Ficke Ach was der Ficke Nur weil ich mich verdrückt hab, Kevin Du kannst nur gewinnen, weil ich doof bin Du war doch hier gerade noch Ich mein, ich weiß, dass er jetzt in deine Richtung unterwegs ist Nee, ist sie aber nicht Ich weiß gar nicht, warum du jetzt zu mir kommst Ich bin ich gar nicht dabei Ich weiß, dass du zu mir kommst, meine Katze leuchtet Na Ich weiß nicht, funktioniert das Portal jetzt Das heißt Defend Mein Portal will ich aber noch testen Wie Defend, Alter Warte mal, warum kann ich denn da Das Leben geht aus meinem Körper hinaus Ich bin tot Jetzt ist das Leben aus meinem Körper hinaus Ich bin tot Okay Warum hat der jetzt gar nichts gemacht Tja, weil du unfähig bist Ja, also was dieses Kettenportal betrifft Ja Kettenportal Kettenportal Ketten Ketten, Arschketten Oh, Kevin, ey Hey, da hab ich mich verklickt Oh, da ist aber Noch mal passiert aber nicht Ich bleib nur einfach stehen Nee Nein Ich bin nämlich in die Arme laufen Ich wollte um den rumlaufen Warum häng ich denn jetzt? Achso Du hängst an meiner Schulter Kevin, soll ich dir sagen, wo ein Haken ist? Falsche Richtung, falsche Richtung Rechts Kevin, rechts laufen Rechts Rechts laufen, Kevin Zurück Scheiße, nee, man mag nicht Kevin Ich wollte ihm, dass der mich zur Tür bringt Achso Ibi, du musst es schaffen Ja Eigentlich wäre es schlauer gewesen, sich liegen zu lassen Ja, hab ich doch gesagt Ja, du musst es ja nicht hören Wie so oft Ja Ja Mal gucken, ob du die Falte findest Ja, das hast du natürlich auch noch, ist klar Ja Was denn? Ja, hier, den Schein Keinen Ausgang, Dings Oh Ja, tut mir leid, dass ich mal Zeit hatte, zu lesen, was die Dinger machen Kevin, halt mal dein Maul Ich muss hören Ja, unfassbar Kevin, sei leise Nee, nein, keiner hört hier Warum denn du? Hallo, seid mal leise jetzt alle Warum, ich bin Killer Ich muss es nicht hören Okay Hä? Ja, das war jetzt, äh War das jetzt echt dann, ich hab keinen Bock mehr im Ruh Was? Oh mein Gott Was? So Ja, ne? Ja Das war's dann Tja, Kevin, schön Ja Du hast den Abend gesprengt Ja Das ist aber sogar unfair, so Ja, ist es auch Ja, Kevin Ja, dann, äh, mach ich nochmal Killer, ne? Ja Okay, dann bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss